Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Man hat einen Weg gefunden, aus pflanzlichen Ressourcen Fleisch 3D zu drücken. Die Idee ist, dass Fleisch ausgesät und riecht wie Fleisch, ohne richtiges Fleisch zu sein. Mh, kacki! Mh, riecht! Mh, nah mein kacki! Ah, ah! Hah! Stay in the line, stay in the line. Feels the same as everybody's shaking. Stay in the line, stay in the line. Ha, 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 stay in the line. Stay in the line. Ha, 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 stay in the line. Stop. Let's go. Ha, 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 ha. ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Das ist ein Obsidian oder auch Glas-Lava gefunden worden von irgendwelchen Leuten bei einem Vulkan in Mexiko. So, das wär's wieder gewesen. Vergessen nicht den Sonnenhut und spenden fürs Crowdfunding. Spenden fürs Crowdfunding! SPENDE! Ja, es wäre mega lieb, wenn er irgendetwas spenden würde. Danke. GERMANN 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 GERMANN